Hey Leute, ich bin SmackTabrik. Ja, manchmal teilt man sich vielleicht seinen Computer mit mehreren Nutzern. Man hat natürlich die Möglichkeit, Unterkonten anzulegen. Aber vielleicht reicht es auch, wenn man einige Daten und Ordner verstecken kann. Und genau das möchte ich euch zeigen, wie das unter Windows 10 funktioniert. Wie man eben Dateien unsichtbar machen kann, dass diese nicht gefunden werden, nur wenn man selber weiß, wo diese sind. Und natürlich auch, wie man das Ganze rückgängig machen kann. Das zeige ich euch auch. So, bevor ich euch das jetzt kurz zeige, möchte ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar werden meine Videos mittlerweile von vielen Zuschauern geschaut. Allerdings sind die meisten noch keine Abonnenten. Deshalb, wenn ihr mich unterstützen wollt, weiterhin kostenfreien Content zu machen, würde ich mich über ein Abo freuen. So, jetzt zum Thema. Hier könnt ihr einmal alte YouTube-Videos sehen, die ich eigentlich nicht verstecken müsste, aber die ich einfach mal verstecke. Um euch das zu zeigen, so, ich klicke hier mit der rechten Maustaste auf den Ordner, gehe auf die Eigenschaften, sage Verstecken, sage Übernehmen, entscheide mich jetzt immer für den zweiten Punkt, weil dann auch die Unterordner mit versteckt werden. Im oberen Punkt wäre das nicht der Fall. Ich sage OK und OK und ihr könnt sehen, das Ganze ist jetzt hier so ein bisschen ausgeblendet. Ich öffne das, die Dateien sind ausgeblendet und auch hier mein Unterordner. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, ich kann es ja trotzdem noch sehen. Ja, ihr könntet das sogar auch noch öffnen. Ihr müsst noch einen weiteren Schritt machen, damit dann das ordentlich gesehen wird. Ihr geht hier oben auf die Ansicht und nehmt den Haken bei ausgeblendetem Elementen raus. Und dann seht ihr, der Ordner ist verschwunden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder rückgängig machen, indem ihr natürlich den Haken dann wieder reinmacht, damit ihr das seht. Dann geht ihr wieder hier auf die Eigenschaften und nehmt einfach den Haken raus und macht es einmal rückgängig und schon ist alles wieder, wie es vorher war. Ja, ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch noch um. Wie gesagt, über ein Abo brauchen wir auch. In dem Sinne, bis dann, euer MacPyverick. Wie gesagt, bis dann, euer MacPyverick.